Interview und Analyse zum siebten Rennen 17. Tagesprüfung bist du selber nicht im Salke zu sehen, aber Philippe Erscher direkt aus einem Trainingsquartier im Ablauf hat sich heuer mit dritten, vierten Plätzen, also mit so um die Platzgelder herum immer, würde ich sagen, schon gut präsentiert. Auch das wieder ein sehr offenes, gut besetztes Rennen. Auch heute der Plan? Ja, natürlich, heute eine schöne Nummer und er arbeitet sehr gut und schauen mal, wie er sich in dem Rennen schlagt. Das heißt, in diesen Rennen sowieso immer der Rennverlauf sehr entscheidend, aber in etwa dort, wo er bis jetzt heuer platziert wurde, erwartet er ihn schon? Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht werde ich mit Klaus reden, dass er vielleicht am Start ein bisschen mehr riskiert heute, dass wir da nicht immer so viele Plätze verlieren und dann erwarte ich ihn schon wieder drei, vier, zwei, ja. 17. Tagesprüfung mit vierer Wetter Auszahlungsgarantie und ihr habt Aaron am Ablauf, der eigentlich sein gewünschtes Rennen vorfinden könnte. Schwedische Stute Face Trot, sehr starke Beginnerin, gestaltet die Rennen normalerweise immer zügig. Hauna ist es eher, mag es auch gern schnell, also könnte ein Aaron der Rennverlauf zugutekommen. Ja, auch sicher, ja. Auf der Bahn fühlt sich eben wohler, hier geht er sehr gut. Heute geht er auch wieder ohne Eisen und wenn es wirklich zügig gefahren wird, dann denke ich mal schon, dass er um die ersten drei landen kann. 17. Tagesprüfung mit, glaube ich, einer Siegschance sogar für Hauna ist es eher ein Face Trot, schnelles Pferd, aber nicht unbedingt die einfachste. Hauna hat sich sehr stark präsentiert beim dritten Platz, ist ja nicht gut im Speed aufgekommen. Wie gesagt, ich sehe sie sogar mit Siegchancen. Wie siehst du das? Ja, es hat sichere gewissen Chancen auch zu gewinnen. Die letzte Leistung war ja sicher die Top-2-Leistung, seitdem ich das Pferd fahre. Also es war wirklich sensationell, muss ich sagen, gegen starke Konkurrenten, nach einem ein bisschen zögerlichen Start und hat wirklich einen tollen Spiel zeigt. Das heißt, Super 76 und auch in die Viererwette-Kombinationen, Hauna ist es eher, sollte überall dabei sein. Ja, das muss man dazu nehmen. Wie gesagt, sie läuft ja wirklich schon, glaube ich, fast zwei Jahre jetzt durch, durch das gute Rennen. Aber wie gesagt, das letzte war sehr, ganz stark und wenn sie es heute bestätigt, dann hat er Siegschance.